Musik Ich bin aufmerksam geworden auf Lahnkomm, als ich an meiner Schule am Heilig-Geist-Gymnasium in Würseln in einer AG das Schulnetzwerk mitbetreut habe und administriert habe, habe da auch Erfahrungen mit Lahnkomm-Produkten sammeln dürfen und zum Ende nach dem Abitur stand dann an, was mache ich jetzt und der Weg Fachinformatik war ganz klar, auch die Ausbildung war klar, die Frage war nur, in welche Richtung genau und wo und da war Lahnkomm dann mein Favorit aufgrund der Erkenntnisse vorher an der Schule. Ich habe angefangen im Qualitätsmanagement der LMC, habe dann weitergemacht im Bereich Frontend, einen Editor bei uns in der Cloud implementiert, der auch mit unserer Lahnkomm-Programmiersprache für unsere Add-ins zurechtkommt und habe im letzten Ausbildungsabschnitt als Consultant gearbeitet für unsere Large Accounts im Bereich API und Drittsystemintegration und habe da dann auch versucht oder die Chance bekommen, etwas in Richtung Produktmanagement der Lahnkomm-Management-Cloud zu machen, ihn einzuschnuppern als Product Owner oder auch in die Arbeit von PLM. Ich hatte zum Ende der Ausbildung hin ein Gespräch und wir haben festgestellt, dass es eigentlich so zwei Wege gibt, entweder Consulting oder Produktmanagement und ich habe mich dann für das Produktmanagement entschieden, weil ich sehr, sehr gerne die Lösung, die wir jetzt haben, noch besser machen möchte und noch weiter darauf schauen möchte, dass wir nahezu jedes Problem oder jedes Vorhaben, was unsere Kunden lösen möchten, dass wir das auch umsetzen können mit unserem Produkt. Ich schätze sehr den freundlichen Umgang über Teamgrenzen hinweg innerhalb eines Teams. Generell bei Lahnkomm hat man so eine kleine Wohlfühl-Atmosphäre und natürlich auch die gewisse Agilität, die wir hier in der Softwareentwicklung haben und umsetzen wollen und natürlich auch die Vielseitigkeit des kompletten Berufs, aber auch der Materie. Jeden Tag ändert sich der Markt, jeden Tag ändern sich die Bedürfnisse der Kunden und da versuchen wir uns bestmöglich anzupassen und das macht jeden Tag aufs Neue Spaß. Ich wäre wahrscheinlich die Lahnkomm-Management-Cloud, weil ich genauso wie unser Produkt das Ziel habe, sich an Kundenbedürfnisse oder auch an die Forderungen am Markt anzupassen und jeden Tag alles auf den Prüfstand zu stellen, um auch jeden Tag einen Schritt besser zu werden.